Wir sind nach Wiesenburg und zwar zum Schloss Wiesenburg bzw. zum Park Wiesenburg gefahren und ich möchte Ihnen ein paar Märchen erzählen. Ne, das mache ich nicht selber, sondern wir bekommen das erzählt im ARD-Fernsehen. Die Kolleginnen und Kollegen vom RBB drehen hier nämlich der Schweinehirt. Und was da alles so hinter den Kulissen passiert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Märchen und Fernsehen, das bedeutet immer Top-Einschaltquoten. Vor allem in der Weihnachtszeit punkten die großen TV-Sender mit derartigen Sendungen. Der RBB dreht momentan für die ARD-Märchenserie Sechs auf einen Streich, der Schweinehirt von Hans-Christian Andersen. Und selbstverständlich gibt es eine Prinzessin. Das war auch immer mein Mädchentraum, mal Prinzessin zu spielen, auf Pferden zu reiten, tolle Kleider zu tragen und sich schön zu bewegen, schön zu sprechen. Das war mein Mädchentraum. Das TV-Team hat besondere Herausforderungen zu meistern. Die Natur. Wir haben Tiere. Tiere machen auch selten das, was man möchte, jedenfalls nicht auf den Punkt. Aber andererseits ist es natürlich auch eine wundervolle Umgebung, ein märchenhafter Ort, an dem man spielen darf, den man nicht bauen muss, sondern der ist einfach da. Und das macht es einfach schön. Märchen sprechen das gesamte Fernsehpublikum an, von jung bis alt. Die RBB-Familienredaktion kennt sich mit diesem Format bestens aus. Wir haben inzwischen 44 Märchen verfilmt. Also die Reihe 6 auf 1 Streich gibt es jetzt seit zehn Jahren. Das heißt, wir mussten irgendwann, oder müssen jetzt gucken, welche Märchen tatsächlich noch für uns frei sind, welche wir verfilmen können. Wir wollten gerne ein Märchen von Hans-Christian Andersen neu in Szene setzen. Und der Schweinehurt hat uns gefallen, weil er so eine tolle Botschaft hat und weil Andersen auch in seiner Zeit damals schon die Unterschiede zwischen Arm und Reich kritisiert hat. Das macht er ja in den Märchen. Und wir finden, die Botschaft ist ja heutig. Kann man gut nochmal in die heutige Zeit transportieren. Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Wie wird eine Schauspielerin zu einer echten Prinzessin? Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, wie habe ich früher Prinzessin gespielt, wie habe ich früher in meinen Kleidern vorm Spiegel gestanden und mich schön darin gefunden. Und ich habe mir Märchenfilme angesehen. Ich habe versucht, man hat ja damals auch anders gesprochen, das heißt, sich damit zu beschäftigen. Und ja, aber das war für mich nicht so schwer. Ich glaube, ich konnte mich mit der Rolle ganz gut identifizieren. Am Schloss Wiesenburg haben wir sie beobachtet. Die Dreharbeiten zu sechs auf einen Streich der Schweinehurt. In der ARD wird das Ganze ausgestrahlt und die Kolleginnen und Kollegen vom RBB haben uns mal hinter die Kulissen schauen lassen. Soweit unsere Märchenstunde und damit geben wir von hier zurück nach Potsdam.